Es war ein kühnes Unterfangen. Der Filmemacher Thomas Henke ist ins Gespräch getreten mit Menschen, die nie im Rampenlicht stehen. Mit Benediktinerinnen der Abtei Mariendonk am Niederrhein. Den Medien Menschen trieben dazu Fragen um Sterben und Tod und ihre Konsequenzen für das Leben. Gute vier Stunden Film sind daraus geworden. In unzähligen kurzen Sequenzen von eineinhalb Minuten geben die Schwestern Auskunft. Über ihre Sicht auf die Welt, auf Leben und Sterben, auf die Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Film der Antworten heißt der Film, bei dem man die Schwestern sieht und hört. Die Fragen nicht. Die Schwestern sind nicht verschwenderisch mit Worten, sagte Thomas Henke jüngst bei der Präsentation in Augsburg. Das kann man wohl sagen. Die Reduzierung hilft zu konzentrieren. Dazu die Gesichter der jüngeren, älteren und ganz alten Schwestern, auf denen die Kamera in Großaufnahme lange ruht. Viele ihrer Worte im Film hätte ich gerne mitnotiert. Ich habe es mir verboten. Denn wenige Worte wirkten umso stärker. Sie sind mir ohne Notiz geblieben. Am deutlichsten das. Die wohl älteste Schwester hat es gesagt. Sie hat sich gemüht, die Augen zugekniffen, als wollte sie von innen nochmals schauen, ob man sowas wirklich sagen darf. Und dann kam es aus ihr heraus. Mit voller Wucht stand diese Aussage für ein paar Augenblicke im Raum. Eine der Quintessenzen eines Lebens, das die Frau nach der Regel Benedikts der Gottsuche verschrieben hat. In der Gemeinsamen Schule des Glaubens im Kloster. Diese Lektion hat die Frau dabei gelernt. So in- und auswendig, dass sie sie auch anderen ans Herz legt. In aller Dramatik. Auf das ein Leben mit anderen und mit Gott nicht schief geht. Misstrauen ist eine Atombombe. Ich buchstabiere weiter. Wo Misstrauen ist, ist Leben ein für alle Mal ausgelöscht. Da wächst kein Gras mehr. Da ist alles verseucht, zerstört auf unabsehbare Zeit. Grenzenloser Flurschaden. Ursünde nennen wir Christen dies. Das Wort klingt da fast harmlos. Misstrauen gegenüber dem Schöpfer ließ Adam und Eva zur Paradiesesfrucht greifen. Weil sie ihm nicht zutrauten, dass er Gottes ihnen gut meint, wenn sie nicht gar alles selbst in die Hand nehmen. Misstrauen gegenüber Gott und dem Bruder Abel, die Sorge, sie gönnten ihm nicht genug Leben und Ansehen, ließen kein zum Mörder werden. Nach der Katastrophe von Fukushima hat sich unsere Regierung zum konsequenten Ausstieg aus der Atomkraft entschieden. Ein Kraftakt, aber nicht aussichtslos. Es geht nicht von allein, aber es geht. Es braucht konsequente Entscheidungen und viele kleine Schritte, um unkontrollierbare Atomkräfte immer mehr auszuschalten. Auch bei der Atomladung Misstrauen. Heute neu auf Vertrauen setzen. Ganz konkret. Dem Partner. Er ist mir treu und mag mich. Den Kindern. Sie können etwas und sie sind von oben behütet. Den Kolleginnen, sie teilen wichtige Ziele mit mir und haben Interesse, als Team etwas voranzubringen. Und unseren Politikern. Sie werden in demokratischen Prozessen das Richtige erringen. Und auch dem, der mein Vertrauen gestern nicht erfüllt hat. Die Atomladung Misstrauen würde viel mehr zerstören als seine kleine Trickserei. Heute wieder neu auf Vertrauen setzen, weil es diese unversiegbare alternative Kraftquelle gibt. Den Gott, der uns Menschen versprochen hat, ich bin treu, ich schließe einen ewigen Bund. Welch eine Lebenschance, wenn ich an diesem Morgen und hoffentlich auch noch an diesem Abend herzlich beten kann. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.